...seite natürlich von Sportvorstand Max Eberl. Gentlemen, willkommen, herzlich willkommen. Joao, willkommen. Very warm, welcome in Munich. How are you? Herzlich willkommen hier in München. Wie sind die ersten Eindrücke? Die ersten Eindrücke waren wirklich toll. Die ersten zwei Tage jetzt genieße ich voll und ganz. Und ich habe mich ein bisschen umgeschaut, die ganzen Trainingsmöglichkeiten angeschaut und einige meiner neuen Teammitglieder kennenzulernen. Einige habe ich ja schon vorher gekannt. Und ja, ich freue mich einfach drauf, das Trainingsgelände und das Training mit den ganzen tollen Spielern zu teilen. Und ich freue mich drauf, endlich das Trikot anzuziehen vom FC Bayern München.